Ja, check. Gleiche bei mir auch. Kommt keine Tür mehr. Ah, hier ist sowieso voll. Ihr müsst im Geldautomaten, right? Ah, wo ist die Tankstelle? Alter! Boah! Diese Fissi! Wtf, ich bin gerade zu einmal hier die Straße am langfahren. Was? Du hast eine Tankstelle in den Luft gejagt. Was? Nein! Doch! Nein, zählt! Ich fahr die ganze Zeit! Wir fliegen! Ich glaub, der Staat packt es nicht mehr. Äh... Ja, der Staat packt es nicht mehr langsam. Kann man so ein Geldautomaten... Oh Gott! Jetzt öffnet sich alles! Oh Gott! Oh Gott! Ich steh gleich! Ich auch! Ja, ich hab eine Rechte-Virus offen! Ich steh gleich! Soll ich anhalten? Soll ich anhalten? Ja! Hört an! Steh ich jetzt auch? Ja! Holy Shit! Ich fahr langsam, okay? Und wenn das zu schlimm wird, sagt, wir sind bestimmt. Ich fahr jetzt 30. Ja, 30 sind auf einmal 130. Was? Kann die sein? Wir fliegen schon wieder. Ja, wir fliegen. Check! 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 Fahr mal am besten zum PD. Ich glaub, es hat gerade hier seine eigene Karre mitfahren. Ist gerade Suizid. Da kannst du das mehr abzupacken. Oh, Fußstreifer. Alles klar. Fahr zum PD. Sag, wenn es wieder zu Bindert wird. Es geht gar nix. Ja, jetzt sehen wir immer noch die Menüs, alter. Es geht gar nix, Alter. Es geht gar nix. Es geht gar nix, Alter. Kann ich mal die... Es kann nicht mal meine Stimmen launcht, okay? Regeln. Stimperler. Funk, check! 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 Wir fliegen! Nach Vallala und bald. Geh weiter! Likesch, der 55, komm! Haben wir noch keine, weil gerade das Kraftwerk am Abrauchen ist, komm! Ja, unschön, komm! Oh, äh... Habt ihr's gesehen? Ja. Hier ist hat ein CVP mit 300 Kamer vorbeigeflogen, Oslo. Kann mich vielleicht hier mal ne Airport abholen kommen? Sie sollten bei der aktuellen Fahrzeuglage sich besser am Airport vornen Fahrrad wollen. Ich glaub, das ist halt noch besser kommen. Check! Bist du verstanden? So, steckt mal aus, ich muss mal eben noch was kaufen. Tito, nachdem ich hier nen Automat gefunden hab, wo noch Geld ist. Tito, nachdem ich nen Automat gefunden hab, wo noch Geld ist.